Am 30. Oktober wird in Wiesbaden gegen die Einführung des neuen Lehrplanes zur Zwangssexualisierung unserer Kinder demonstriert. Nach diesem Plan sollen sich Kinder bereits von 6 bis 10 Jahren mit sogenannten gleichgeschlechtlichen Paaren befassen. Ab 10 Jahren sollen dann unterschiedliche sexuelle Identitäten als vermeintlich Normalzustand vermittelt werden. Wir wehren uns gemeinsam gegen die familienfeindliche Genderideologie und fehlgeleitete Frühsexualisierung unserer Kinder. Deshalb kommt alle am 30. Oktober um 14 Uhr nach Wiesbaden. Wir setzen gemeinsam ein klares Zeichen gegen die schulische Indoktrinierung durch Gender- und Homoideologen. Demo für alle am 30.10. in Wiesbaden. Wir sind vor Ort.